Hallo Leute, es geht weiter mit Ori and the Blind Force. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. So, ich warte auf das Ding. Seh natürlich wieder nichts, wegen der tollen Anzeige. Das ist auch super hier. Kann er nochmal kommen? Dann will ich das Ding da oben bekommen. Ne, da will ich gar nicht hin, ne? Ah, hier, guck mal, hier war ich ja auch noch nicht. Was kann ich hier machen? Kann ich hier runter, ähm, so, weißt du, so... Kann ich hier stampfen? Ich meine... Okay, das Stampfen. Das Stampfen geht so. Nutze in der Luft, um einen Stampfangriff aufzuführen. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Kann ich vielleicht hier stampfen? So, dass ich da so... Gegenstampf? Oh, da wird das Ding... Ich kann den da reinklopfen. Ah, das ist ja Triggy. Das ist ja Triggy. Krass. Voll Trick 17 hier. Nein. Ja, hau mal ein paar Mal dagegen. Weil was soll ich sonst machen, ne? Kann er da was machen? Scheiße. Und ich hab nicht gespeichert. Ah, fuck it. Jetzt muss ich das hier wieder machen. Da macht ja nichts. Gut, dann stampfen wir nochmal eine Runde. Und dann speichere ich. Genau. Hier kannst du speichern. Was soll ich machen hier? Weil ich will da ja irgendwie hin oder auch nicht hin. Oder wozu soll das gut sein? Vielleicht von der anderen Seite oder so? Ich denke mir ja immer noch... Oh Mann! Wie gemein ist das denn? Oh, das ist gemein. Das ist so gemein. Gut, dass ich gespeichert. Das ist gut, dass ich gespeichert habe. Ich weiß nämlich nicht, was ich machen soll. Ich renne jetzt nach rechts. Ey. Das ist so scheiße hier, die Ecke. Schnell weg. Okay, das Schwein ist da. Aber ich gehe erstmal wieder weg, weil irgendwie komme ich da nicht weiter. Aber vielleicht von der anderen Seite. Oder auch nicht. Weil hier will ich ja gar nicht hin. Ah, oh. Hm, da will ich hin. Na, komm her. So. Ah. Ja. Das ist super. Super duper. Mach ich ihn jetzt? Ich muss doch weiterkommen. Es muss da einen Weg geben mit dem Schwein. Aber ich weiß nicht, was das Schwein machen kann. Können wir das besiegen? Mhm. Guck mal. Ich kann das... Ich kann das angreifen, das Schwein. Ich kann das Schwein angreifen. Ich kann das nicht mehr. Aua. Okay, komm. Greif an. Nochmal. Ja. Na, komm. Ich versuch's gerade mit... So, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Also, mit dem Schlampfen können wir das Schwein töten. Muss man aber auch erstmal rausbekommen, oder? Speicher, bitte. Was bin ich hier wieder? Ja, aber das ist... Macht ja nix, weil wir können ja jetzt so viel tun, was wir vorher nicht tun konnten, ne? Das konnte ich schon vorziehen. Aber wir können stampfen. Können wir hier auch unter Wasser stampfen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Oh, ich muss hier mal Luft holen wieder. Oh, wir können jetzt an viele Ecken, wo es vorher nicht weitergingen... Wie zum Beispiel nach links. Aber wir können auch hier vor allem... Yes! Jetzt hab ich das, was ich wollte die ganze Zeit. Geil. Geil. So. Nein. Geh weg. Das nervt, dass das Schwein hier so ist. Ja. Blödes Schweini. Aber ich sterbe auch wieder gleich. Was mach ich denn jetzt? Dann muss ich das nochmal von da hinten machen. Das ist einfach so. Scheiße. Ja, hab ich ja gesagt, ich muss das nochmal machen. Ist einfach so. Und dann speichere ich lieber... Mit ein bisschen mehr Energie noch. Wo ist es sich lohnt zu speichern. So wie hier jetzt so, ne? So hier so. Genau. So. Hier ist gut. Und... Ja, weiter kommt das ja eh nicht. So. Jawoll. Endlich sind wir durch. Aua. Das ist auch echt gemein hier, ne? Echt gemein. Hier ist so eine tolle Ecke und da unten geht's aber auch hin. Wo sind wir denn? Okay, dann... Will ich denn dann hin? Will ich dann nach unten lang? Bringt mir das überhaupt was? Ach so. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Scheiße. Jetzt bin ich aber schon unten. Ja, dann darf ich jetzt wieder hier die blöde Tour machen. Das ist ja auch jetzt doof gelaufen. Naja. Es ist, wie es ist. Schnell wieder raus hier. Und weg. So. Und schwupps sind wir wieder da. Ach, lass mich doch. Schweini, lass mich. Ist jetzt hier oben auch etwas, wo wir weiter... Ach, guck mal. Hier war doch auch noch was. Tada. Juhu. Du hast eine Fähigkeitenzelle gefunden. Jetzt erhältst du einen weiteren Fähigkeitenpunkt. Haben wir denn nicht schon zwei? Nee, nur einfach einen. Okay, das müssen wir leider von oben machen. Genau da, wo wir eigentlich hinwollen auch, ne? Macht nichts. Wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Der kleine Ori entwickelt sich. So, ich würde sagen, mal speichern. Aua. Ist mir gerade eben auch schon passiert. Macht aber nichts. So, da bloß dich runter jetzt. Da wollen wir nicht schon wieder hin. Hier wollen wir hin. Jawohl. Danke. So bin ich hier. Oh oh. Ich glaube, ich brauche das Teil wieder. Tschüss. Schnell weg. Und wir müssen weiter nach links. Aber, was ist da oben? Ist da irgendein Geheimnis oder so? Was ist denn das für eine Ecke? Einfach nur so? Okay. Und kann man da auch irgendwie noch, ähm, in diese Hülle? Ist da was in der Hülle? Oder? Hm. Speichert mal. Ich wollte nur wissen, was da ist. Ja, ja. Du kannst ruhig sterben, Ori. Ich glaube, vielleicht von hier so. Aber wie kommen wir denn da hin? Hör. Naja. Das ist ganz schön schwierig hier. Also. Vielleicht gibt es da ja so Ecken, wo man noch wieder andere Fähigkeiten braucht. Von denen ich gerade nichts weiß. Uh, das war jetzt aber knapp. Und was habe ich jetzt hier von gar nichts? Ich bin jetzt einfach nur in dieser Ecke. Schöne Scheiße. War ein sehr weiter Sprung. Ich denke mal, das blaue, was da unten in den Steinen drin ist, ist auch irgendwas zum Einsammeln. Aber irgendwie nicht. Lass mich. Lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich. Ja, mach mal. Nein, da will ich noch gar nicht wieder hin. Nein. Naja, dann stirb halt. Oh Gott. So heikel. Ja. Unfassbar. Voll rein. In den Strahl. Ja. Okay, ich werde ungeduldig. Ich wollte gerade noch hochspunnen. Aber ich trau mich nicht. Trau mich nicht. Ich schaff dieses um die Ecke nicht. Ich schaff es nicht um die Ecke. Hallo. Kannst du mal deinen Doppelsprung machen? Scheiße. Und ich muss da lang, ne? Oh Gott. Kacke. Wie mache ich denn das? Oh no. Was war das denn? Das war echt Glück. Bitte speicher sofort. Denn diese Stelle ist genauso schwierig wie eben. Wolle. Jawollo. Hast du geschafft wieder mal, ne? Hast du geschafft. Helder, Falder. Nein. Aber du hast gespeichert. Das finde ich gut. Mitgedacht. So, wie komme ich da oben hin? Nein. Alter, alter, alter. Das ist alles so eine Sache hier, ne? In Ori. Muss man ja mal sagen. Holy moly, ey. Direkt wieder gespeichert. Ist da nicht noch irgendwas? Guck mal, da oben links kann man auch in die Ecke. Das will ich ja jetzt eigentlich auch wissen. Nein. Aber du hast gespeichert, mein Freund. Du hast gespeichert. Ich versuch das nämlich jetzt noch mal in der anderen Ecke. Da. Perfekt. Perfekt. Das schaffe ich auch noch. Wenn ich die rechte Seite schaffe, schaffe ich auch die linke. Bämsen. Wuhu. Wuhu. Die Hälfte geschafft. Kohlhain. Findet das Kumonsiegel, das in der Nähe vor es versteckt ist. Altu. Ich bin so froh, dass ich hier gerade so gut vorankomme. Nein. Was ist los hier? Versteckung. Oh, 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 oh. Ich bin noch immer auf der Jagd mit dem Licht vom Hass geblendet. Ja, ja, diese blöde Krähe. Die alles kaputt gemacht hat. Blödes Vieh. Möchte ich nach unten oder möchte ich nach oben? Ich muss mal auf die Karte gucken. Wo bin ich denn überhaupt? Nach unten rechts wäre auch super. Deswegen gehe ich erst mal da hin. So. Ist doch in Ordnung hier, ne? Kann ich hier auch dieses Dings machen? Oh, warte. Das wollte ich gar nicht. Das hier wollte ich machen. Okay. Wie ich diese anderen Wände frei kriege, weiß ich bis jetzt nicht. Ja, schön. Wo bin ich? Bin ich hier schon mal gewesen? Weil wir können ja jetzt durch diese Barrikaden, deswegen. Ich wollte eigentlich nach rechts, aber da komme ich nicht weiter, weil da ja diese Wand ist. Das ist ja doof. Aber ich kann nach unten, sehe ich. Ja, schön machst du das. Ich habe einen Fähigkeiten-Punkt. Ein Fähigkeiten-Punkt. Ich habe einen Fähigkeiten-Punkt. Lass es sein. So, ich speichere mal. Keine Ahnung, ob ich hier nämlich noch irgendwas Schönes machen kann. Ich könnte da oben auch noch versuchen hinzukommen. Ich versuche das mal. Geht das? Kommt man da irgendwie hin? Achso, wir hätten das mit der Fähigkeit machen sollen, ne? Hier mit der hier, mit dem nach oben dringen. Guck mal, wie toll ich das mache, dass ich mir hier alles hole noch. 53 Prozent, aber durch diese Wände komme ich trotzdem nicht. Ja. Eigentlich, wie gesagt, nach rechts. Aber ob das geht, ist was anderes. Kommt man da oben auch hin? Nö, ich bin richtig. Ich könnte aber da vorne, unten, rechts lang und da dann diese Barrikade reinhauen. Vielleicht ist das gar nicht schlecht, weil dann komme ich, wenn ich nochmal wiederkomme. Was war das denn jetzt? Hallo, du Fisch, kannst du mich mal lachen, du Arschfisch? Genau, das hier wollte ich wissen. Man kann doch durch diesen Stampfer jetzt diese Bolzen reinkloppen. Vielleicht geht das ja von oben, dass wir das einhauen und dann ist unten frei. Weischt? Hm. Ja, super geklappt. Cool. Ja, aber das nicht so cool. Wo will ich überhaupt hin? Wenn ich da oben lang gehe, dann komme ich da oben rechts in eine Ecke, wo ich auch noch nicht war. Das ist so der Trick, den ich mir dachte. Nehmt mir das was? Ich weiß es nicht. Ich muss es ausprobieren. Ist es aber auch wieder so eine Stelle hier, ne? Also mein lieber Schwarm, Schwierigkeit und so. Ja, das so zum Thema auf normal gestellt. Und tot. Einfach mal tot. Tja, dann gehe ich jetzt da recht. Kein Bock mehr hier. Irgendwie weiß ich auch nicht, was ich hier jetzt mache. Ich würde sagen, so die ganzen Rätsel und sowas kann ich mir eigentlich immer noch in Ruhe selber irgendwann reinhören. Ähm, ich war jetzt hier schon auch noch, ne? Oder wie war das? Ja, okay. Da war dieser Bolzen. Ich weiß nicht, wie ich diese Bolzen loswerde. So. Also, wir können nach oben. Äh, da komme ich nicht weiter. Da komme ich nicht weiter. Weil das sind halt überall diese kleinen Wände. Die bringen mir nichts. Guck mal, da unten, da könnte ich, okay, ich könnte mir das goldene Ding, könnte ich mir holen. Dafür bin ich, wollte ich nach oben. An diesen Hakenlingern vorbei. Aber ich glaube, ich war auf der falschen Seite. Ich müsste mehr in die Mitte. Ich bin mir da nicht so sicher. Keine Ahnung. Ähm. Tja, wo könnte ich mit meinem Stampfer irgendwas anrichten, meiner neuen Fähigkeit? Ich könnte zum Beispiel, nee, das geht auch nur von oben, ne? Oder? Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man da so rumstampft. Wir müssen ja auf jeden Fall... Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Irgendwie... Ich meine, wenn ich weiter nach links will, dann... Ja, guck mal hier im Nirgendwo. Ich finde das Gummonsiegel, das in Nebelforst versteckt ist. Ich muss hier doch ganz woanders eigentlich hin, oder? Dann müsste ich mal wieder zu so einem Teleport oder so. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Bin ich hier... Also ich... Okay, hier kommen wir daher und so. Jetzt sind wir hier unten. Können wir nicht einfach mal ganz woanders hin teleportieren? Und so diese Restsachen, die mache ich vielleicht mal später. I don't know. Wenn ich nach oben rechts gehe, ist das einfach nur mein Speicherort? Oder... Oder wie? Das hat toll geklappt. Jetzt leuchtet das nicht mehr. Kann ich das dann nicht mehr benutzen? Hier diese grüne Zelle. Die grüne Zelle, die hätte ich ja eigentlich auch gerne noch. Kann ich das nicht versuchen? Guck mal, hier geht auch. Aber ich habe diese grüne Zelle nicht mehr. Und da oben ist auch noch eine blaue Zelle. So sieht sie nämlich aus. Guck mal, er steht hier sogar. Er kann auch einfach stehen bleiben. Wie geil ist das denn? Muss ich gar nicht. Und ich springe immer wie so eine Irre und versuche mein Bestes hier. Na dann... Muss ich das jetzt doch nochmal probieren, oder wie? Ätzend. Immer dieser Ehrgeiz. Aber die hatte ich doch schon, dachte ich. Hatte ich den nicht schon? Hatte ich dich nicht schon? Ich hatte den schon. Naja, gut. Speichern wir mal. Irgendwie lässt sich diese Wand auch nämlich noch einhauen. Ich weiß aber nicht wie. So jedenfalls nicht. Okay, ich gehe runter. Und dann müsste ich eigentlich nochmal auf die rechte Seite. So. Äh. Woo! Nein! Von der Warf. So, ich speichere und gehe weiter nach rechts, weil ich Nase bin einfach mal nicht weiter nach rechts gegangen. Nimm es bitte mit. Du hast deine Lebenszelle gefunden. Richtig gut. Ja. Ich habe hier die Sehensverbindung immer noch hier direkt gespeichert. Können wir dann hier nochmal weitermachen? Komm mal her, du Spinnvieh. Denn da oben ist doch noch mehr. Ich war doch noch nicht oben rechts in der Ecke. Da ist ja noch eine blaue Zelle, glaube ich. Wie weit nach oben soll es denn da gehen? Ich komme da doch niemals hin. Wie kommt man denn da bitte hin? Da sind die Stacheln. Das ist voll schwer. Eigentlich ist es mir lieb, dass das Vieh gerade stirbt. Weil dann sind wir an der richtigen Stelle. Danke. Genau. Aber natürlich es ist mega schwer, da oben hinzukommen. Vor allem bringt es mir eigentlich auch gar nichts, außer dass ich auf die rechte Seite komme und diese Zelle einsammle. Ist es mir das wert gerade? Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Besser, ich hau hier ab. Ganz im Ernst. Hätte mich dieses Teil da jetzt hin teleportieren können? Anscheinend schon, weil ich komme ohne dass es nicht weg. Das ist so gemein hier alles. Warum ist das alles so gemein? Sag mal. Das ist echt gemein. Sorry, jetzt habe ich das auch noch kaputt gemacht wieder. Warte. Hoppst mal da drauf. Wir wollen nämlich hier hin. Oh, da oben möchte ich hin. Oh, da oben möchte ich hin. Wie komme ich da hin? Auf die rechte Seite. Hula, hula. Indem ich hier hochkletter. Mit Hilfe des Frosches. Tada. Fähigkeitenzelle gefunden. So, und jetzt habe ich schon voll viel mehr. So und so. Also ich würde sagen mal wieder hier. Ultra Lichtstrahl. Erhöht Stärke und Radius des Lichtstrahls. Ja. Why not, oder? Was kommt denn als nächstes? Zunderflamme. Erhöht den durch die Geisterflamme. Verursacht den Schaden noch mehr. Geil. Noch ein Vieh. Oh, das finde ich voll gut, ne? Voll guti. Ähm, ja. Auch da geht es wieder nicht so weiter. Das heißt, wir halten uns eher so rechts und so. Und dann, guck mal, da vorne kann ich wieder was einhauen. Ich weiß, es läppert sich jetzt gerade hier so ein bisschen hin. Und dann schaue ich auch, wie es weitergeht. Aber wenn ich schon mal hier bin... Guck mal, der Lichtstrahl ist doch erhöht. Dann sind wir alle fertig. So. Wunderbar. Wunderbar. Ja, ist halt so die Frage. Nicht hier überhaupt richtig. Naja, okay. Da ist zumindest wieder was zum Einsammeln. Oh, das Teleport-Dingsbums ist doch hier, ne? Ja, danke. Genau, wir können uns hier teleportieren. Das wäre gar nicht so schlecht. Aber auf die rechte Seite kann ich auch... Bevor ich hier teleportiere, weil ich jetzt weiß, wo es geht... Machen wir mal. So. Hoch mit ihr. Denn jetzt können wir ja das Stampfen benutzen. Das Stampfen, das... Gibt uns einiges mehr wieder. Und es spart mir auch einiges. Nein, ich möchte nicht wieder in diesen doofen Baum. Der war höllisch schwer. Ich bin sehr froh, dass ich ihn geschafft habe. Voll geil. So, kleines Uri. Dann stampf doch mal. Irgendwo hier so. Vor allem kannst du ja auch hier den hier jetzt machen, ne? Oder was ist das hier? Was ist denn das hier? Kann man das bewegen? Kann ich damit nichts machen? Weiß ich nicht. Nö, da ist anscheinend gar nicht... Ach, auch schön, ne? Auch schön. Ja, dann geh runter. Oh nein, hier ist wieder so eine Barrikade. Wie blöd ist das denn? Hier komme ich gar nicht weiter. Okay, irgendwas müssen wir noch hinbekommen. Scheinbar. Damit wir hier an bestimmte Dinge kommen. Ja, so sieht es aus. Kommt mal in keine Schmetterling. Wie süß. Aber ich kann da unten, komme ich doch bestimmt. Den kriege ich eventuell hin. Oder? 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 Aber der ging vorher auch schon. Naja. Den habe ich eingesammelt. Wo ist Ori? Da ist Ori. Und einen unteren sitzt auch noch so ein Leuchttal. Ja. Aber auf die kommt es ehrlich gesagt ja gar nicht an. Okay, einer hat mich getroffen. Der Arsch. Ich speichere mal wieder. Gut, ich würde sagen, ich gehe zurück zur Teleportation. Und so. Aber ich hätte mich hier hochtransportieren können. Kann das sein? Hm. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Ah. Passt mich. So. Herz aller Liebst, dass du das geschafft hast, Ori. Und das auch. Geil. Okay, ich habe mir irgendeinen Durchgang verschafft. Und so. Scheiße. Ach, was mache ich hier? Ach so, weil ich hier noch nicht war. Hallo Schweini. Na Schweini. Das geht. Hier wieder. Nein. Schwein erlegt. Ich bin ja da hergekommen. Schwein erlegt. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir einfach mal weiter. Oder mache ich das jetzt hier mit euch zusammen? I don't know. Guck mal, was war das hier bitte für ein Sprung? Habt ihr den Sprung gesehen? Und was ich hier für einen Scheiß schon wieder mache? Guck mal. Warte. Hast du mich da eigentlich? Ja, ja. Guck mal. Wie sie einfach alle Pech jetzt haben, weil ich so toll stampfen kann, wie noch nie zuvor. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Dann dümpelt es vielleicht nicht so vor sich hin. In dem letzten Part haben wir sehr, sehr viel geschafft. Aber auch in diesem Part haben wir einiges geschafft. Einige Geheimnisse entdeckt. Ich gucke mal, wo es weitergeht. Bis dann.